Schönen guten Abend, ich bin Volker. Ich lese zum Safer Internet Day heute aus dem Buch von Ilja Trojanow und Juli C., Angriff auf die Freiheit. Und zwar erstmal einen kurzen Abschnitt und dann das Kapitel Nummer 8. Trotz dieser Remilitarisierung haben sich manche Hoffnungen nach 1989 und 1990 durchaus erfüllt. Andere könnten noch immer verwirklicht werden. Die vielgescholtene Globalisierung trägt kulturelle und technologische Chancen für eine weltweite Verständigung in sich. Das Internet ist eine dezentral organisierte Plattform mit enormem Potenzial für Austausch und Organisationen, auch um bislang Benachteiligte zu unterstützen. Politische Spannungen werden durch internationale Handelsbeziehungen unterlaufen. Und das Säbelrassen von 1 ist in einem raffinierten Katz-und-Maus-Spiel auf internationalen Konferenzen gewichen. Bei Tageslicht betrachtet erleben wir Mitteleuropäer historisch einmalig friedliche Zeiten. Wir hätten allen Grund, diesen Frieden zu schätzen und unsere Erfahrungen zu nutzen, um ihn zu erhalten. Eine simple, aber gewichtige Erkenntnis lässt sich aus den letzten Jahrzehnten europäischer Geschichte gewinnen. Sicherheit entsteht nicht durch Konfrontation, sondern durch Kooperation. Statt diese Regel auch jenseits der europäischen Grenzen hochzuhalten, töten und dröhnen Politiker und Experten. Die Welt sei chaotisch geworden, als wäre sie in früheren Epochen übersichtlich und ordentlich gewesen. Die Bedrohung unseres Landes und jedes einzelne von uns sei größer als je zuvor. Im Vergleich etwa zur nuklearen Bedrohung vor wenigen Jahrzehnten. Das schlimme Schlagwort Clash of Civilizations wird in der deutschen Übersetzung zum noch schlimmeren Kampf der Kultur. Politik und Medien verbreiten den Eindruck, nicht nur unsere Länder, nein, unser ganzer Kulturraum und unser Wertesystem würden von gegnerischen Mächten angegriffen. Da ist er wieder, unser selbstgemachter Krieg der Sterne. Gut gegen Böse, Schwarz gegen Weiß. Eine neue, unsichtbare Grenze teilt die Welt. In zwei Hälften. Nicht mehr Kommunismus gegen Kapitalismus, sondern Morgenland gegen Abendland. Die Dämonisierung, die kollektiv geschlürften Cocktails aus Pauschalurteilen, Propaganda und Polemik sind die gleichen geblieben. Alles in bester Weltordnung. Der Kalte Krieg ist in einen heißen Frieden übergegangen. Nicht als notwendige Konsequenz der Ereignisse, sondern als Folge einer rhetorischen Hysterie. Im Alltag des Einzelnen trägt die neue gefühlte Friedenlosigkeit seltsame Züge. Am Flughafen ziehen wir unsere Schuhe und Gürtel aus und warten umso länger, wenn vor uns in der Schlange ein Mann mit arabischem Nachnamen oder orientalischen Gesichtszügen steht. Unsere Nagelscheren sind in den Besitz der Starlines übergegangen. Zehntausende Flugpassagiere, darunter Persönlichkeiten wie der amerikanische Senator Edward Kennedy oder Nelson Mandela, wurden fälschlicherweise als Terrorverdächtige gelistet und daran gehindert, ein Flugzeug zu besteigen. In den Nachrichten vernehmen wir die immer gleichen Meldungen aus dem Irak und Afghanistan und haben längst aufgehört, die Toten zu zählen. Forderungen und Fragen, die wir längst bei den Akten glauben, erfahren eine Renaissance. Dass Deutschland eine Leitkultur braucht, wie viel religiöse Symbolik ein lehrer Körper vertrage, ob unser Wertesystem wehrhaft genug sei. Dann mache ich weiter mit dem achten Kapitel. Das Kapitel heißt Angst zählt. Es vergeht kaum ein Tag, an dem die Medien nicht von einem Anschlag berichten. 40 Tote bei Selbstmordattentat in Bagdad, fünf durch eine Autobombe in Kabul. Das rauscht vorbei die Staumeldungen. 20 Tote bei Explosionen in Mogadischu. Wenn es um Terrorismus geht, wird sogar Afrika interessant, wo 3000 Kinder, die täglich an Malaria sterben, keine Meldungen mehr wert sind. Gibt es keine Anschläge zu vermelden, werden uns Bedrohungen vor Augen geführt. Wir erfahren von Verdächtigen und ihren Plänen. Die Deutsche Islamisten AG titelt etwa der Fokus und wälzt die erstaunliche Nachricht, dass es auch gewalttätige Fanatiker deutscher Herkunft gebe, auf zwölf Seiten aus. Der Inhalt ist konfus. Unter der Überschrift, das ganze Land erobert, wird von 30 bis 40 Gotteskriegern gesprochen. Einer dieser jungen zum Sterben bereiten Männer trifft sich mit den Fokus-Journalisten und pariert im Café über Islamismus. Im Hintergrund raunen anonyme Sicherheitsbeamte, die ganze Rhein-Main-Schiene ist verseucht. Der Mangel an konkreten Hinweisen hindert den Fokus nicht daran, eifig über grausige Gefahren zu spekulieren. Erst der Finanzkrise ist es gelungen, den Terrorismus von Platz 1 der medialen Charts zu verdrängen. Die Gefahr eines leeren Geldbeutels ist auf einmal wichtiger als die apokalyptische Bedrohung des Abendlandes. Das wirft ein Schlaglicht auf die Manipulierbarkeit der Öffentlichkeit wie auch auf unsere wahren Prioritäten. Gewiss, in einer modernen Demokratie gibt es keinen Propagandaapparat. Die Presse ist nicht der verlängerte Rahmen eines Informationsministeriums, eher noch wirken die Politiker in ihrem Kampf um ein paar Sekunden Sendezeit manchmal wie Marionetten einer übermächtigen Meinungsmaschine. Und trotzdem arbeiten Journalismus und Politik beim Thema Terrorismus so einträchtig zusammen, man könnte zum Verschwörungstheoretiker werden. Das gebetsmühlenartige Heraufbeschwören der terroristischen Bedrohung schürt Angst und Angst macht gefügig. Im Angesicht der Gefahr gibt man Freiheit zugunsten vermeintlicher Sicherheit auf. Ohne Angst ist kein Überwachungsstaat zu machen. Ohne die treuherzige Terrorberichterstattung der Medien wären Online-Durchsuchungen, Videoüberwachung von Wohnungen oder der militärische Abschuss von Passagiermaschinen nicht durchsetzbar. Warum betätigen sich die Medien bei der Massenverängstigung an vorderster Front? Warum tragen sie mit ihrer Rhetorik dazu bei, dass es auf einmal wieder zwei Klassen von Menschen gibt? Personen, Bürger und Unpersonen, Gefährder, Terroristen. Wieso bereiten sie auf diese Weise den Umbau des Rechtsstaates in einen Präventivstaat den Boden? Fragte man einen beliebigen Redakteur, nach welchen Kriterien er seine Meldungen auswählt, erhielte man in den meisten Fällen zur Antwort nach der Verkäuflichkeit. In Krisenzeiten steigen Einschaltquoten und Zeitungsauflagen, also wird dafür gesorgt, dass immer Krise ist. Täglich wird nach dem dicksten Aufreger gesucht. Good News is no news. Oder auch Angst sells. Dieses Prinzip teilen sich die Journalisten mit den Politikern. Das gemeinsame Ziel, egal ob bewusst oder unbewusst, führt zu einer dynamischen Symbiose, in der warnende Sicherheitsexperten und katastrophenverliebte Medien den Schulterschuss üben. Bevor neue Gesetze erlassen werden, muss die Akzeptanz der Öffentlichkeit vorbereitet werden. Die Einschränkung von Rechten kann nur mit Gefahren für die Gesellschaft und den Einzelnen gerechtfertigt werden. Die terroristische Bedrohung, auf die wir schon ausgiebig im dritten Kapitel eingegangen sind, geht sprachlich Hand in Hand mit dem neuerdings so beliebten Begriff des Terrorverdächtigen. Die Logik ist einfach. Wo Gewalt droht, müssen Verdächtige lauern. Entsprechend haben sich die Terrorverdächtigen in den letzten acht Jahren explosionsartig vermehrt. Die Tageszeitung etwa hat den Begriff in allen seinen Abwandlungen vor dem 11. September 2001 kaum benutzt. Bis 1999 ganze zweimal. Im Jahr 2000 wiederum zweimal. 2001 viermal. Danach setzte eine wahre Inflation ein. 2002 46 mal. 2003 75 mal. 2004 114 mal. 2005 132 mal. 2006 95 mal. Und 2007 102 mal. Bei der altehrwürdigen Neuen Zürcher Zeitung ergeben sich ähnliche Zahlen. Eine Ros nach dem 11. September 2001 von 680 faustigen Verwendungen. Von den meisten Journalisten wird der Begriff nicht nur inflationär, sondern auch völlig unkritisch gebraucht. Nach der Verhaftung dreier Terrorverdächtiger in Deutschland haben die Befürworter schärfacher Gesetze Oberwasser. In der NZZ vom 13. September 2007. Was häufig publiziert wird, muss noch lange keinen Sinn ergeben. Denn wenn die drei Verhafteten tatsächlich nur verdächtig sind, ist der Piergestand im Normalwert. Und wenn sie sich als Täter erweisen sollten, was abzuwarten ist, bewiese der Erfolg der Ermittlungen eher, dass die bisherigen Kompetenzen der Behörden ausreichen und eben keine schärferen Gesetze erforderlich sind. Und überhaupt, von welchem Oberwasser ist die Rede? Solange es doch vor allem die Medien selbst sind, die der Forderung eines Politikers Oberwasser verleihen können. Formulierungen wie diese schüren Furcht und spitzen die öffentliche Diskussion zu. Der Terror, am Anfang des Begriffs Terrorverdächtiger, dominiert die Wahrnehmung. Dass es nur um einen Verdacht geht, wirkt dagegen wie ein lebensächlicher, nachgetragener Gedanke, eine nicht weiter zu beachtende Fußnote. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist die beinahe lückenlose Einheitsfront, in der sich die Medien zusammengefunden haben. Welche Zeitung, welches Fernsehprogramm würde es wagen, den Ernst der Lage und das Ausmaß der Bedrohung kritisch in Frage zu stellen? Welcher Journalist will sich als Terroristenversteher im Verruf bringen, indem er Notwendigkeit und Nutzen der staatlichen Terrorismusbekämpfung ernsthaft in Zweifelzüge? Diskutiert werden allenfalls Details. Vielleicht findet ein Kommentator die Online-Durchsuchung nicht so richtig in Ordnung. Einem anderen wiederum kann es mit neuen Sicherheitsbesetzen gar nicht schnell genug gehen. Aber wer stellt die Grätchenfrage? Ist das Abendland, ist unsere Zivilisation tatsächlich in Gefahr? Und wenn ja, wodurch? Anscheinend hat fast der gesamte Medienbetrieb die Prämisse geschluckt, dass der Terrorismus und nicht etwa seine Bekämpfung die westliche Kultur bedrohe und etwas, nämlich vornehmlich durch das Ausweiten staatlicher Kontrollmöglichkeiten dagegen getan werden müsste. Gut, damit möchte ich schließen und bedanke mich bei allen, die diesen Save-by-Internet-Day und die Aktion Lesen gegenüber Wachung organisiert haben.